hallo meine freunden stein hier und herzlich willkommen im bricamp heute habe ich mal wieder endlich was mit ketten für euch von guang guang den panzer 3 ausführung l ob wirklich eine ausführung l ist schauen wir uns gleich mal an davor aber wie immer bauernleitung und co das set hat die set nummer die 10 0 2 47 oder 100 247 wie man sich am besten merkte können oder 100 1247 man kann so übertreiben ich weiß marschel 1 zu 28 959 teile davon sind aber allein fast 100 kettenglieder mit dabei muss man auch immer dazu sagen kostet aktuell so um die 23 und ein paar zergrätschte bei afobrick von da habe ich den auch her der panzer 3 ist ein fahrzeug gewesen wo man von 1936 bis 43 gebaut hat also so ein all time klassiker eigentlich des kompletten zweiten weltkriegs der deutschen aber das vor wir da reinschauen und uns das ganze hier mal im detail angucken gucken wir uns die bauernleitung an die immer das fahrzeug hat in zwei bauabschnittstüten für 959 teile ist das auch vollkommen ausreichend finde ich ach ja es sind noch drei minifiguren mit am start ihr kriegt dieses set natürlich nur also meiner meines wissens wenn es direkt in china bestellt nicht nur aufgrund der minifiguren sondern ich kenne keinen der das set importiert also ich kenne relativ viele händler nicht persönlich aber viele shops aber mir ist jetzt kein deutscher wenn ihr einen habt einfach gerne unten den link link geht nicht aber tipp in die kommentare heute wird es auch von der reihenfolge wie ihr gemerkt habt ein bisschen anders sein ich möchte etwas ausprobieren ob es funktioniert schauen wir mal zwei bauabstütten wie gesagt 121 bauschritte lässt sich trotzdem schön smooth bauen es ist halt mal wieder ein bisschen was wo man pro seite auch teile für diejenigen die guang nicht kennen alles was ausgegraut ist habt ihr schon gebaut alles was ihr in farbe seht wird jetzt verbaut steinequalität für diejenigen die es nicht kennen ja also den hersteller wangen mittelmaß sie haben probleme bei gewissen steinen was die symmetrie angeht das heißt ich muss manche blades drehen um 180 grad weil sie sonst gegeneinander ein bisschen aufdrücken oder man könnte auch mal gusskrater haben asymmetrie hatte ich hier guss ganz gusskrater guss nasen war hier aber auch nicht der fall hatte ich dieses mal nicht asymmetrie hatte ich ein bisschen klemmkraft war durchweg okay gab keine aussätze also ich hatte da echt null probleme ein beschädigten stein ein teil hat gefehlt oder ich habe es einfach nur verschlampt ist was eine einmal einstatt also da kann man von verschlampten verlieren verlust mit verlusten ist zu rechnen schon mal davon ausgehen bautechnik am anfang war ich erst sehr kund fuß weil wenn wir hier schauen wir haben hier jetzt im oberen baubereich von der wanne noch keine verbindung das kommt erst dann hier unten und da habe ich mir erst gehört wird das stabil ja wird also finde ich zumindest gibt es nichts mehr mir ein bisschen farbabweichung das ist ein thema ich habe ich mal so ein zwei bilder hier oben da rein während es nicht quatsche wo ich mir dazu und kenne ich normal nicht von guang war das ist so markantes farbabweichungen sind aber heutzutage eigentlich vollkommen normal leider ich habe hier nur einen einzigen schritt markiert und das ist dann die ihr bauschritt was was für 78 79 bis 81 in diesen bauschritten montierte hier auf das waren in oberteil diese das zubehör und danach setzt ihr im bauschritt 82 das waren oberteil auf ich habe jetzt nicht die größten finger aber ich bin trotzdem manchmal schüssel deswegen habe ich erst die wanne aufgesetzt und dann das klein zeug drauf gebaut finde ich sinniger das ist jetzt wieder vielleicht jammern auf hohem niveau aber es erspart einem dass man die ganze zeit die antenne wird wo wegrupft oder die axt weg reißt oder so wenn man hier oben einfach drauf rum drücken muss deswegen habe ich das mir markiert das ist der einzige nennenswerte punkt den wir hier in der bauanleitung haben wir haben sonst hier auf der rückseite doch ein bisschen die übersicht was kann man alles mit dem teil machen bzw was gibt es so an funktionen aber schauen wir uns jetzt hier gleich mal an hier ist das gute stück wie gesagt panzer 3 ausführung l was macht die ausführung l zu l jetzt wird es lustig die es gibt nämlich insgesamt zwölf ausführungen die ende j war anscheinend bei vielen punkten ziemlich gleich mit der l ihr könnt mich gerne korrigieren ich bin da nicht so fest im sattel wie manche nerds die sich nur mit dem thema panzer beschäftigen aber fünf zentimeter kbk in der und der variante das der größte unterschied muss ich sagen was ich finde oder der markanteste von der vorgängerversion zu l version war was hier leider nicht wirklich dargestellt ist die zusatz panzerung an der kanonenblende da waren es nämlich zwei oder zweieinhalb zentimeter zusatz panzerung dann müsste man hier diesen eckigen bereich weniger sehen ist natürlich ein bisschen schwierig darzustellen hier kaum ein bisschen drüber den weg sehen was man aber durchaus umsetzen hätte können dass man hier einfach gerade baut ohne diesen aufdruck und den aufdruck hier auf einer großen plate oder irgendwas setzt dass man hier bündig ist weil man hatte auch noch hier vorne an der wannenfront auch eine zusatz panzerung eine vorbau panzerung und dadurch verschwindet einfach dieses eigentliche die eigentliche wölbung oder wie man es nennen möchte herausstehende von 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 der fahrer luke vorne luke ist es nicht richtig wo er ausschauen kann von seiner blende guckblende oder wie man es auch richtig nennt und das ist dann eigentlich eben gewesen mit der panzerung das hätten nun hier finde ich schon machen können dann wäre halt nur ein kleines problem dass diese funktion nicht mehr gegangen wäre wo ich sage okay das ist nice nice to have aber jetzt nicht weltentscheidend man kann nämlich hier vorne die lupen öffnen und im mg wird es natürlich ein bisschen schwierig aber hier beim fahrer funktioniert es tatsächlich weil wir fahrer funke dann fehlt markant noch die kommandantenkuppelerhöhung ist jetzt kein markenzeichen rein von der l variante das hatte wenn ich es richtig weiß auch noch die vorgänger variante schon bin da jetzt nicht so weit komplett durch weil wie gesagt bei 12 ausführungen verwirken sich dann lieber selber oder eher selber ein bisschen das kettenlaufwerk finde ich nicht schlecht gelungen was mir nicht gefällt ist dass das hintere rad meiner meinung nach eine plate zu tief ist es ist jetzt hier relativ schwer zu erkennen ich habe mir ein lineal hingehoben und ich bin der meinung wenn ich mir zeichnungen anguckt von dem gerät dass die schon ziemlich auf einer höhe waren von den achsen dadurch geht hier die kette ein bisschen stärker nach unten wie gedacht und liegt dann hier auf dem bauteil auf ist jetzt auch wieder jammern auf höchstem niveau aber das möchte ich halt mal anmerken das sind so die punkte sonst finde ich eigentlich nicht schlecht umgesetzt wir können den türm abnehmen der sitzt hier halt relativ knapp und bündig drauf deswegen da muss man ein bisschen aufpassen der hat jetzt auch nicht die mörder klemmkraft ich kann nicht am türm den panzer hochheben so viel klemmkraft hat er jetzt nicht das muss man sagen machen wir den türm runter dann fangen wir mal hier hinten an machen die motor abdeckung weg da ist ein bisschen gefummelt dass die den richtigen winkel zu treffen ich mache es meistens so dass ich steiler setze dann aufsetzt weil wir haben leider hier am knickpunkt keine auflagepunkte dass sich das sozusagen die perfekte position setzt wir sehten gebauten motor wo man auch ohne probleme rausnehmen kann das ist ein hl 120 soll das darstellen hochleistungsmotor von maybach v12 benzin also otto mit 300 ps hat das gute stück gehabt bei der l variante unter anderem finde ich ganz cool mit diesen schiffschrauben hier die lüfter nachgestellt ihr vor den druck vorne drauf also echt gut gemacht gefällt mir ist es nicht ob der jetzt wirklich ich habe jetzt keine bilder von original motor mir angeschaut ob das gut hinkommt finde ich auch für die größe gut gemacht dann hier in einem schönen dark red den motorraum bisschen ausgekleidet hat man mal ein bisschen farbabwechslung drin dann können wir auch noch hier den vorderen bereich aufmachen das ist natürlich sehr filigran gebaut wir haben hier bloß plate dann haben wir so eine zweimal dreier ich sag mal gern base plate dazu dann kann man sich eher vorstellen was es ist und dann können wir hier in den frontbereich reingucken wir haben dann einmal hier fahrer funker geschichte dann sind hier noch ein feuerlöscher drin und ein paar geschosse auf dem boden dann wenn man es erkennen kann dieses dark green an der seite das sind munitions taschen ich vermute mal beziehungsweise munitions taschen oder im gekut kästen könnten das auch sein weil er hat er nicht wenig munition mit dabei ich glaube über 3000 schuss für die 7,92 mm mg 34 einmal vorne beim funker und dann einmal hier achs parallel zum kanonenrohr das war schon was man im innenraum betrachten kann dann kann man das hier wieder zu machen wie gesagt hier setzt sich ein bisschen steiler motor wieder einsetzen und weil dann kann ich das hier so auflegen und drückst mir dann einfach so auf die position dass es dann passt wenn man ein bisschen man kann es zu weit drücken natürlich das sieht ein bisschen doof aus hier kann man vielleicht auch noch ein bisschen die farb abweichung erkennen zwischen dann hier und da also bisschen dunkler finde ich ein bisschen schade bin ich von guang guang nicht so gewohnt ich kenne die problematik wie ich euch erzählt habe mit den steinen von der steinequalität aber ja sonst von den farbe abweichungen gab es normal nie so markante punkte finde ich ein bisschen schade muss aber auch dazu sagen zur verteidigung das set hier kostet klar okay direkt china aber die hälfte vom 1 zu 28 von kobe unter anderem habe ich dann festgestellt dass der mir noch in meiner sammlung fehlt das defizit muss man ausmerzen was ich auch ein bisschen schade finde ist dass sie hier den seiten druck hinmachen hätten können für die notausstiegs luke hier in der wanne die luke der notausstieg in der wanne habe ich gelesen dass der teilweise entfallen ist somit finde ich jetzt nicht so schlimm also beim l modell und ich glaube auch bei den nachfolgenden hat man teilweise darauf verzichtet ist halt auch eine schwachstelle also wenn man das und die tür eine wanne hat die dann so massiv auszuführen mit scharnieren und kurs und alles ressourcen und wenn wir dann so überlegen 42 jahre dann 43 war es dann sowieso schon so nicht mehr so cool da hat man da schon darauf geachtet 100.000 reichs mark hat zum teil gekostet ungefähr waren die produktionskosten von so einem panzer 3 die bekannteste andere panzer variante mit der gleichen wanne oder panzer variante kannst du es jetzt nicht nennen andere panzer typ ist das sturmgeschütz 3 das auch wie gesagt sturmgeschütz 3 klar passiert auf der wanne vom panzer 3 dann schauen wir uns noch die figuren an auch was ich noch sagen wollte ein kaputtes teil hatte ich leider man kann es hier vielleicht ein bisschen erkennen den riss durch das dass es ein review exemplar ist habe ich jetzt nicht bemängelt wenn ihr sowas haben solltet fehlteile oder sowas beschädigt das kann immer mal passieren finde ich bei den kettengliedern war nicht ein kaputtes teil mit dabei da habe ich mir schon gedacht haben sie dann eine neue gussform die liefen auch echt smooth zusammen also es ist mittlerweile faszinierend was für qualitätsunterschiede man bei diesen kwangwang modellen hat man hat steine die sind so irgendwie nicht so geil ja weil asynchron vielleicht nur gusskrater dran und dann gibt es jetzt immer wieder bei den neueren modellen merkt man dass sie vielleicht wahrscheinlich formeln ausgetauscht haben erneuert haben die funktionieren einfach butter ja wirklich wirklich gut und da hoffe ich dass das mal noch ein bisschen schneller vorangeht sage ich glaube in jedem video zu kwangwang dass da noch die qualität ein bisschen steigt weil die modelle an sich sind schon immer wieder ganz cool klar so detail fehler sind mit am start aber dann hat natürlich auch der liebe mocker unter euch noch so vielleicht den drang ein bisschen dran rumzubasteln das ist wie gesagt was wo kann man dann einfach bemängeln und reklamieren drei figürchen ich zeige sie nur ganz kurz ist nichts besonderes erkennt sie also sind die ganz normalen standard-wang-wang-figuren da gibt es noch nicht zu sagen deswegen kriegt ihr die also wenn jemand das mal nach deutschland importieren sollte natürlich nicht mit figuren als ersatzteile sind ein paar kettenglieder übrig geblieben aber diesmal auch wirklich kettenglieder weil sie nicht kaputt sind also keine fehlgröße ist bei dieser kettenart wirklich selten egal welche hersteller da hat bis jetzt schon jeder bei mir falsche kappe guangwang hatte ich das auch deswegen glaube ich hier einfach nur die haben wirklich einen neuen mold gehabt und ich hatte einfach mal mega gusel dass da nicht ein einziges kaputtes kettenglied mit dabei war dann haben wir wieder ziemlich viel zugehör mit dabei publikatorische teile drin einmal ein gustträger mit waffen den gustträger habe ich schon gefühlt 50 mal werkzeug den habe ich auch schon ein paar mal die habe ich leider nicht so oft das sind kanonenrohre alle möglichen varianten ein bisschen schlecht zu zeigen mal gucken vielleicht kann das so ein bisschen besser okay von denen die sammle ich gerne wieder weil da kann man cooles zeug bauen muss ich sagen auch wenn man dann mal gerade selber ein paar geschütze machen möchte und in diesem schönen bronze oder ja bronze kupfer kupfer farben ja ja so bronze würde ich sagen die geschosse das gefällt mir da habe ich noch nicht so viele in gold habe ich ja schon ziemlich viele aber in bronze noch nicht kann man nie genug haben so zubehör auch von den anderen bögen ist immer gut ich finde es immer praktisch dass wenn sie so bogen reinteil brauchen hat man immer genügend übrig für die eigene sammlung das war schon somit gucken kommen wir gucken da muss sowieso gerade zum fazit kleiner netter panzer 3 ja es gibt hier und dafür dass das ist als l variante nutzen ein paar mankos wo ich sage dann sagt halt nicht l dann gibt dem kind einen anderen namen und sucht euch eine andere variante aus aber ist halt so das passiert oft und wir wissen dass man das nicht immer so eng sieht darf muss ich sagen laut bildern habe ich finde ich den von kobe schon ein bisschen cooler umgesetzt das ist die j variante und da hast du das mit dieser vorsatz panzerung nicht oder bin ich jetzt falsch j war vor er war genau die vorgänger variante vom l jetzt habe ich wieder und da hat man diese vorsatz panzerung und nicht somit muss sie nicht darstellen da wäre das dann schon ein bisschen besser gewesen beim kobe habt ihr die seiten drucker ist ein paar andere details best bisschen besser umgesetzt finde ich persönlich aber da muss ich sagen preis leistung muss man immer belegen hier sind wir so bei 24 euro die kobe variante wo ich mir jetzt auch noch holen muss war defizit erkannt wird gebannt liegt bei 48 das ist es halt darum entscheidet selber sagt mir gerne wie es findet auch wir die heutige variante des videos findet weil wir haben was vergessen technische fakten ich habe sie so zwischendrin immer ein bisschen mit reingeschwungen ob ihr es cool findet oder nicht lasst mich da bitte gerne euer feedback da in den kommentaren ich wünsche euch einen schönen wochenstart wir hören und sehen uns spätestens nächste woche wieder wenn es wieder heißt every monday is soldier monday haut rein leute ciao ciao